Wir befinden uns hier in Lengenfeld unter dem Stein. Eine riesen Naturkatastrophe hat sich ereignet in diesem kleinen wunderschönen Dorf. Ein gewaltiger Erdrutsch entdeckt von dem Mitarbeiter der Gemeinde Lengenfeld unter dem Stein, wurde hier dieses monströse Riesenloch entdeckt. Einen Durchmesser von 2 Meter und ungefähr 15 bis 20 Meter tiefes Erdloch. Ich denke, es werden Monsterwürmer dieses Loch gebuddelt haben.